Jetzt setzen wir das Luftkissen auf die Belastbarkeit. Das Luftkissen kann bis zu 7 Atmosphäre Luftdruck Moment So, jetzt haben wir zwei Bar angestellt und beginnen mit dem Test So, jetzt gehen Das geht automatisch, das ist genug Wenn man 2,5 macht Dann gehen wir mit 2,5 vielleicht 2,5, ja nochmal 3 Wie gesagt, das Luftkissen kann bis zu 7 Quad aushalten 3,5 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 4 Bar 4 Bar 3,5 1,5 св ma 1,5 4 1,5 Vielen Dank.